Musik Elektromobilität ist in aller Munde, sei es auf vier oder auf zwei Rädern. Zu diesem Thema ist in Rhinach und weiterer Biersstadt-Gemeinde am letzten Wochenende die Wave-Trophy gestartet worden, die in den nächsten Tagen durch alle 26 Schweizer Kantone führen wird. Am Freitag sind die verschiedensten Fahrzeuge eintroffen. Am Samstagmorgen ist dann die eigentliche Trophy gestartet worden. Um was geht es bei dieser Tour de Suisse für Elektrofahrzeuge? Wir wollen zeigen, dass die Elektroautos zukünftig gehören. Die Elektroautos sind sauber, sind alltagstauglich, man kann immer mehr davon kaufen, sie werden immer günstiger. Und das ist das, was wir den Leuten zeigen wollen. Das macht Spass, mit denen rumzufahren. Wir fahren sogar mit denen rund um die Schweiz. Also ich meine, was will man noch mehr? Die Wave selber wird so finanziert, dass die Leute dann auch noch eine Gebühr zahlen. Mit denen werden Hotels und so weiter finanziert. Und die Gemeinden helfen uns aber auch mit Stromanschlüssen und so weiter, mit Bewilligungen. Und so gehen wir von einer Gemeinde zur anderen. Wir haben überall unsere Anlässe und wollen überall bei den Politikern, bei den Behörden, bei der Öffentlichkeit, bei den Schulen zeigen, hey, das ist die Zukunft. Insgesamt sind über 50 Teilnehmende aus dem In- und Ausland am Start, auch aus der Region. Ich bin Lorenz, ich bin 20, komme aus Mölin, bin jetzt zum dritten Mal da auf der Wave dabei. Interessiere mich eigentlich für die Elektromobilität seit sieben Jahren. Meine Eltern fahren seit sieben Jahren elektrische Autos. Und generell auch im Politischen interessiere ich mich stark für die grünen, liberale Parteien. Besonders an dieser Wave ist einfach, dass man verschiedene Autos, mehrere 40, 50 Autos von verschiedenen Typen über Prototypen, über Serienfahrzeuge, Kleinserien, Grosserien, von amerikanischen Autos und deutschen Autos, alles da haben. Und wir können das der Schweizer Bevölkerung präsentieren und auch beweisen, dass die Elektromobilität funktioniert. Bei aller Euphorie, es gibt auch Kritik an Elektrofahrzeuge. Jede neue Technologie ist immer umstritten, das ist völlig klar. Aber hey, wir müssen weg vom Erdöl, sofort, jetzt. Und wenn jemand eine bessere Idee hat, dann soll er es mir sagen. Aber ich sehe keine bessere Idee als Elektroauto, das den Strom aus Solarenergie, Windenergie und Wasserkraft bezieht. Mit dem können wir rumfahren, ohne schlechtes Gewissen. In Deutschland ist sicher Kohlenstrom dabei, aber wenn jeder, der ein Elektroauto hat, natürlich Solarzellen auf dem Haustach hat und den Strom einspiesst du ins Netz, dann nimmt er so viel aus dem Netz aus, wenn er ja selber produziert. Dann braucht es ja kein Kohlenkraftwerk für diese Elektroauto. In der Schweiz genau das Gleiche mit dem Atomkraftwerk. Jeder muss eine Solaranlage haben, zu Hause, wo er einspiesst, ist absolut machbar, ist absolut kein Problem. Und dann geht die Rechnung auf und dann macht es Spass. Wieso eigentlich sind Elektrofahrzeuge im Vergleich zu herkömmlichen Fahrzeuge so teuer? Jede neue Technologie ist teuer. Das erste Handy war auch teuer, der erste grosse Plasmapillager ist auch mal teuer. Aber die Preise purzeln extrem oben ab. Es ist nur eine Frage der Zeit, vielleicht noch ein Jahr, zwei, und dann werden die Elektroautos so teuer sein, wie die heutigen Benzinautos. Und dann wird es natürlich interessant, weil die Stromkosten sind um einiges niedriger als Benzin. In der Bierstadt, wo die Zähgemeinden umfasst, geniesst das Thema E-Mobilität einen grossen Stellenwert. Ja, also wir sind dran. Wir haben eine Studie erstellen, die die Siedlungsentwicklung berücksichtigt. Und die besten Standorte, wo das geeignet ist, dass man so Elektro-Ladenstationen installieren kann, hat man definiert. Und man hat das auch mit dem Elektrizitätswerk abgeglichen, also das Netz abgeglichen. Und eigentlich ist man bereit. Man tut jetzt eine Grundlage erstellen, also dass man diese Ausschreibung machen kann. Und die Gemeinden können nachher die Ausschreibungsunterlagen beziehen. Und jede Gemeinde ist dann eigentlich selber verantwortlich, ob sie diese braucht und wenn sie diese braucht. Ja, wir sind zwar Bierstadt-Gemeinden, die zusammen diese Ziele verfolgen. Aber wenn eine Gemeinde etwas umsetzt, dann ist sie immer noch selber verantwortlich dafür. Und das kommt halt auf die politische Zusammensetzung darauf an und auf den Druck der Bevölkerung. Der Zeithorizont dieses Projekts in der Bierstadt ist momentan noch offen. Und was macht Rienach in diesem Bereich? Die Gemeinde Rienach setzt sich extrem viel für Elektromobilität. Wir haben gemeine eigene Fahrzeuge im Werkhof zum Beispiel. Wir haben hier auch im Gemeinzentrum für Mitarbeiter E-Velos, die wir eben ausleihen können. Und wir unterstützen auch einfach mit solchen Anlässen das Thema Elektromobilität. Zudem möchte die Gemeinde Rienach in absehbarer Zeit E-Bike-Kurs anbieten. Da haben wir uns eben die ganzen acht Gemeinden der Energieregion überlegt, wir würden gerne E-Bike-Kurse anbieten. Es gibt solche in Basel, das macht die Kantonspolizei Basel statt. Im Kanton Basel gibt es noch nichts. Und dann würden wir eben gerne Kurs anbieten. Wir machen aber erst mal eine Umfrage, um zu schauen, ob es überhaupt Bedürfnisse gibt. Die Elektromobilität wird also sowohl Rienach wie auch die ganze Bierstadt in den nächsten Jahren zunehmend beschäftigen. Bierstadt TV bleibt am Thema dran. Am nächsten Wochenende ist es wieder so weit. Auf vier grossen Bühnen im Dorfzentrum steigt das 21. Jazzweekend. Und zwar am Samstag, ab dem frühen Abend bis tief in die Nacht hinein. Am Sonntag dann zwischen dem 10 Uhr Morgen und am 2 Uhr Mittag. Auf den Bühnen treten national und international bekannte Bands auf. Es wird neben Jazz auch Blues, Country, Rock, Pop und Soul zu hören sein. Und in einer tollen Atmosphäre ist für alle etwas dabei. Der Brunch am Sonntagmorgen wird von einem speziellen Chor eröffnet. Und es gibt einen Gottesdienst. Und der Eintritt ist frei. Unter dem Titel «Machu Bichu» veranstaltet die Musikgesellschaft Concordia am Freitagsabend, 21. Juni, in der Kirche St. Niklaus im Dorfzentrum ein attraktives Feuropenkonzert. Der Eintritt ist frei. Das musikalische Werk «Machu Bichu» vom japanischen Komponist Satoshi Yagisawa beschreibt die Ruinenstadt in Peru, die im 15. Jahrhundert in gut 2300 Meter Höhe erbaut wurde. In diesem Stück wird nicht nur die beeindruckende Landschaft, sondern auch die bewegte Geschichte dieser anderen Stadt verarbeitet.